Ja, ich bin Rainer Meckenstock und ich bin Hobby-Imco neben meiner Professur an der UDE. Und wir sind hier in meinem Garten, gerade vor meinem Bienenstand. Und hier wird der UDE-Honig gewonnen. Also ich habe Carnica-Bienen, was eigentlich so die gängige Bienenrasse in Deutschland ist. Es gibt noch ein paar andere, aber es ist die vorherrschende. Wir züchten die Bienen richtig. Also das ist ein richtiges Haustier geworden mittlerweile. Und die Bienen leben unterschiedlich lange. Also jetzt im Winter haben die Bienen so ein halbes Jahr gelebt ungefähr. Die Winterbiene, die wird im August, September geboren und lebt da ein bisschen im März hinein. Weil die muss ja die lange, trachtlose und brutlose Zeit überwintern. Und das kann sie, weil sie eben keine Brut selber aufziehen muss. Die Bienen, die jetzt geboren werden, die werden so maximal sechs Wochen alt. Die müssen richtig hart arbeiten und dann sind die auch schnell verschlissen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in einer Imkerfamilie aufgewachsen bin. Mein Vater war Imker und hat mir eben schon als Kind das nahe gebracht. Und ich habe mit 16 angefangen, meine eigenen Bienen zu halten. Bin also schon sehr, sehr lange dabei. Insofern habe ich die Ausbildung von zu Hause bekommen. Und habe dann selber, als Wissenschaftler liest man viel, habe mir dann selber viel natürlich über Bücher angeeignet und auch Kurse gemacht. Aber heutzutage bieten eigentlich die meisten Imkervereine Kurse an. Wenn man jetzt Jungimpfer werden möchte, dann meldet man sich da zum Kurs an, kriegt ein Bienenvolk gestellt von dem Bienenverein und kriegt da ein Jahr lang Ausbildung. Und wird dann, bestenfalls kriegt man sogar noch einen, wie sagt man, einen Paten an die Seite gestellt, der einen dann immer mal wieder berät. Aber man ist im Imkerverein ja gut aufgehoben, kann Fragen stellen und kann sich da weiterentwickeln. Ich bin hier in Speldorf, eigentlich mitten in der Stadt und habe das große Glück, ich habe hier eine fantastische Honigernte. Weil in der Stadt ist die Natur noch in Ordnung, in dem Sinne, dass hier blüht viel. Das ist sehr abwechslungsreich. Es gibt viele Bäume, Linden, Akazien, Ahorn, Kastanie und so weiter. Die Bienen finden eigentlich das ganze Jahr über eine gute Nahrungsgrundlage. Wenn man heute in die Felder geht, das ist eine aufgeräumte Landschaft, da blüht nichts mehr. Es gibt einmal das große Blühen im Frühjahr, wenn der Raps blüht, und danach ist es nur noch grün oder grau oder braun. Es blüht nichts mehr. Und das ist dieser ganz intensive Pestizideinsatz, Herbizideinsatz, da kann keine Biene mehr leben. Und das ist ein großes Problem. Ich habe früher mehr auf dem Land gelebt, da habe ich bei Weitem nicht so viel Honig gehabt wie hier. Sie können sich vorstellen, für ein Kilo Honig, da müssen schon einige 10.000 Ausflüge passieren. Also die Bienen müssen hart arbeiten für den Honig, den ich nachher wegnehme. Aber die kriegen dafür auch was für einen Winter. Also die werden gut gepflegt hier und haben ein gutes Auskommen. Also ich denke, das ist ein Geben und Nehmen. Das ist vor allem Linde ist da dabei. Der schmeckt also sehr fruchtig. Und ansonsten, was halt hier blüht, das sind Akazien, das sind Ahorn. Das ist ein Gemisch von vor allem Bäumen. Und deshalb schmeckt der also richtig würzig nach Honig.